wir sind ja in der letzten folge hier ja leider gestorben haben uns auf jeden fall wieder bis hier vorgekämpft schauen hier haben wir glaube ich schon alles gelootet ja wir müssen nämlich hinter und da sind nämlich glaube ich noch feinde oder mal gesundheit müssen wir eigentlich glatt mal hier uns die wildsau holen genau nämlich für unsere medikit und aufpassen zwecks gegnern so ihr seht da sind welche da sind ok die sind ja eigentlich noch weiter weg wir müssen hier runter da seht ihr es hier unten da sind sie nämlich werden wir trotzdem erst mal hier unsere munition umscheiden ich glaube wenn die gute dame die braucht natürlich auch immer zeit bis sie da hinkommt ich würde sagen wir haben sie hierhin komm ich glaube dass die mini auch schon entdeckt haben komm zerleg sie wir haben nur einen erwischt so wo war jetzt der andere hier da brauchen wir auf jeden fall eine andere munition der läuft hier rum so aufpassen diesen roboter an ja jetzt brennt er wenigstens schon mal da ist natürlich auf jeden fall besser wenn wir ein bisschen aus der entfernung hier schießen ja wo ist denn der da oben ist er ey wir haben wieder nur 53 prozent gesundheit aber ich glaube wir haben alle blut hat da keiner irgendwas liegen lassen komm wir brauchen ich hab schon gedacht da rennt irgendwas noch auf mich zu ja hier unten war was da glaube ich liegt nichts weiter rum hä was ist denn jetzt boah schlangen ey die hatten wir überhaupt noch nie wir werden erstmal hier das ganze Zeug hier mitnehmen nochmal nein schon wieder was neues jetzt warte mal da könnten wir aber sie eigentlich hinschicken komm schau mal ob du die zerlegen kannst wir bleiben mal schön weit hier weg naja der kommt aber auch ziemlich schnell zu uns ey was ist denn das jetzt wir haben doch eigentlich boah das wird wieder sowas gewesen sein dass wir hier in irgendeine eine umgebung reingeschossen haben die nicht oder wie es halt so mal war in sunsacken wenn wir da vorbeischießen wollen dass wir dann ähm den gegenstand nämlich noch treffen also wir hätten mehr abstand halten müssen so da haben wir auf jeden fall schon mal medikit jetzt aufpassen es wird schweinig dass es auf uns zukommt oh warte 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 hey wir müssen auf jeden fall zu dem medikit kommen wo ist denn der roboter jetzt der ist weg warte mal aber der feindliche soldat der ist hier ah das sind sogar zwei wo ist dieses roboter da nicht das na warte mal hier oben das ist ein bär also ein bär glaube ich hatten wir auch noch nie schaut euch mal den sack an hey komm geh drauf na komm jetzt aber jetzt müssen wir höllisch aufpassen ah hier drüben ist ein medikit da ist das andere hier vor dem reh da oben haben wir immer energie aber die ist eh voll so medikit bekommen wir überhaupt nicht viel so jetzt müssen wir eh mal aufpassen weil hier drüben waren ja auch noch welche hier oh ne schnell weg machen wir erstmal aber jetzt müssen wir aufpassen wo ist denn der jetzt da so ist es schon besser erst mal auf die robos dass erstmal die großen gefahren hier weg sind und dann mit der normalen munition auf die infanterie da unten ist noch einer ah das sind sogar noch mehr komm soll er mal nicht schnell auf den großen her ich schau mal an wie viel robos hier unten noch kommen das ist ja wahnsinn wie viel schuss haben wir überhaupt noch 19 da ist ein wildschwein warte mal da nehmen wir jetzt mal eine normale waffe medikit brauchen wir also 15 prozent gesundheit kriegen wir da noch vielleicht schon wieder so ein großer es gibt es ja nicht wie viele robotypen kommen da hier da schaut man an ja wo bist du noch komm mal rein hin zerlegt die ich hoffe man das schafft sie hey 15 prozent da ist medikit oder ja schnell boah was ist denn das ja irgendwas böses da haben wir doch genug naja sind wir schon unter beschuss hier warte mal aber wieso hatten die sich jetzt eigentlich nicht aktivieren lassen jetzt ja komm zerlegt dieses große ding ne hat sie nicht ich schau mal an soweit kann ich ja hier gar nicht flüchten hat sie wieder nicht erwischt oder da kommt er ja jetzt wird die munition langsam bei knapp ok also für die großen brauchen wir zwei schuss 13 schuss haben wir noch da ist auch noch einer aber es waren ja auf jeden fall zwei große ne vielleicht haben wir ja sogar einen erwischt hier schaut zumindest so aus ne ne da kann es sein dass hier immer wieder welche kommen wieso kommen da denn so viele leute energie ich weiß nicht ob die uns dann trotzdem noch nachverfolgen können wenn wir versuchen dass wir die hier umgehen können doch die sehen uns da das meine ich und wenn wir natürlich hier mit mit explosiver munition hier rein schießen das wir dann eigentlich voll gegen gegen den felsen schießen das ist ja nicht schon wieder nur 58 prozent aber jetzt musst du langsam mal genug sein mal schnell munitionstyp wechseln wieder ja ich glaube jetzt müssen wir es doch eigentlich alle haben was ist das hier genau so da haben wir munition ne utzi aber wie kriege ich das hier weg da liegt das ganze holz hier drauf ja wie kann ich das jetzt nehmen hm hm so dann haben wir xp jetzt machen wir mal hier gesundheit ach so nur 10 zur gesundheit da haben wir ein laser das nehmen wir jetzt noch mit Stanzenergie. Komm, das nehmen wir auch mal. Ja, wie kann ich das hier nehmen? Ja, Schalldämpfer hört sich gut an. Aber ich komme nicht an das Ding hier. Weil da das blöde Holz hier drauf liegt. Müssen wir hier irgendwas machen noch? Warte mal, kann ich da... Bin ich jetzt hier oben? Nee, jetzt auch. Aber ich kriege das hier nicht hin. Warte mal, ist das nur Munition? So, dann mal, wie ist jetzt unser Missionsziel? Müssen wir das hier irgendwie eins sehen können? Crouch. Telekinese, das brauchen wir alles nicht. Interact-Bis-Objekt, ja, habe ich ja probiert mit E. Nightwishen haben wir auch, Flashlight. Nö. Aber mit E funktioniert das nicht. Habe ich ja alles schon probiert. Achso, Munition ist von der Uzi. Mal schauen, ob wir auch explosive Munition bekommen haben. Nö, da haben wir nur noch sieben Schuss. Also da, glaube ich, müssen wir wirklich schauen, dass wir uns die Munition hier noch aufspornen. Ah, jetzt ist aber das Holz zumindest schon mal fast weg. Komm, geh weg. Geh weg. Jetzt haben wir es doch. Seht ihr mal, das ist wirklich blöd. Wenn ihr das Holz hier drauflegt. So, da haben wir nichts weiterbekommen. Okay. Es gibt aber auch keine anderen Waffen hier. Warte mal, hier können wir mal schnell noch vorschauen. Energie ist auch voll. Gesundheit ist auch voll. Nö, da haben wir auch nur die Uzi. Oh. P90, jetzt warte mal. Damage ist ein bisschen mehr. Reichweite. Können wir eigentlich da auch ein Visier drauf machen? Ja. Ja, komm. Nehmen wir P90 mit. Haben wir halt jetzt nur 300 Schuss statt der hier. Okay. Die hat 540. Und die hat halt nur 350. Nehmen wir mal den Unterschied. Ja, aber wie gesagt, auch der Schaden ist mehr. Die Reichweite ist mehr. Würde ich sagen, wir bleiben bei der Waffe hier. So, Energie. Jetzt schauen wir uns aber mal das Portal hier an, wo wir da hinkommen. Ich würde sowieso sagen, komm, wir speichern lieber erstmal. Und kicken mal an, wenn wir hier reinspringen, wo wir rauskommen. Jetzt sind wir ja noch weiter weg. Ey, vergiss es. Ne, 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 nicht mit mir. Wir könnten natürlich jetzt wirklich nochmal ein Portal von ihr machen lassen. Ich weiß nicht, welche Reichweite wir da brauchen. Was ist denn das hier? Uh, da geht es weit mehr runter. Ja, schießen schon wieder auf mich. Das kann doch nicht was sein. Na ja, komm, da schicken wir sie jetzt hin. Komm, zerlegt die bitte. Das kostet mir also ein bisschen zu viel Gesundheit. Vor allem die sind nicht gerade wenig. Komm. Ja, 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 ja. Einen Hammer. Na ja, die braucht halt einfach immer ein bisschen zu lang hier, die Kuh. Boah, 20 Gesundheit. Wo ist denn der? Da ist er. Na, mach. Ey, der rennt aber auch viel zu schnell. Wie soll man den da erwischen? Jetzt er. Na ja, das bringt mir auch nichts. Bis hier da unten ist es der weg. Fünf Schuss noch. Und vor allem die rennen ja auch nicht wirklich gerade langsam. So, und hier war doch noch einer. Ach, da rennt er rum. Jetzt er. Jetzt bräuchte ich mir wirklich langsam mal ein Medikit. Boah, schaut mal hin. Hey, da schicken wir jetzt wirklich sie hin. Das sind mir dann zu viele. Oh, da ist ein großer... Ne, wir müssen weg. Das überlebt mir sonst nämlich nicht. Jetzt war doch mal, war hier nicht noch ein Medikit. Da... Oh, da haben wir gleich volle Munition. Da oben kommt er. Nein. Nein, na, ordentlich doch nicht bei mir. Bist du blöd? Weißt du, ich würde sagen, glaube ich, wir müssen erstmal wieder flüchten. So. Komm, rentiert's? Achso, die hat nicht genug. Scheiße. Ja, Munition geht hier nämlich auch langsam zugrunde. Wir haben nämlich nicht mehr viel. Und die verfolgen uns halt ohne Scheiß überall hin. Ja, also ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal den Cut. Speichern erstmal. Und dann müssen wir schauen, dass wir in der nächsten Folge, nämlich irgendwie jetzt hier an denen vorbeikommen, bis unsere gute Frau ihre Energie wieder voll hat oder wir benutzen unsere Explosiv-Munition. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Sehen wir in der nächsten Folge. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Wir sind jetzt auch ein Wahnsinn. Das war's. Und das war's. So, back to what I was saying. Vans ist die Hör. So,走faik. Unangelsãos. Alles. hofu. Ich bin nicht Aufregard.